Weißt du, was mir gerade auffällt? Du hast gestern schwarz getragen. Genauso wie heute. Du musst mal öfters was anderes ansehen. Sonst denken die Leute, du hast nichts anzuziehen. Ich glaube, die wenigsten achten drauf, dass das gestern, guck mal, das ist jetzt ein Kletsuit, das ist ein Anzug. Das andere war gestern ein Zweiteiler. Der war zwar oben mit Lack, aber das sehen die Leute nicht. Nee, gestern war Glitzer. Ja, aber trotzdem, die sehen das nicht. Ja, nee, ich ziehe morgen mal Farbe an. Ja, mach das bitte mal. Also, ich ziehe Farbe an. Du ziehst Farbe an? Ich ziehe Farbe an. Viele Leute schreiben auch, sie würden dich gerne mal im Rock sehen. Ja. Du bist nicht so ein Rockfan, ne? Ich bin nicht so ein großer Fan. Du magst keinen Rock, du magst keinen Schlager, ne? Genau. Carla Finn, Schlager, toll. Zumindest modernen Schlager, ja. Ja, okay. Also morgen Farbe. Morgen will ich dich im Farbe sehen. Morgen Farbe. Morgen Farbe. Versprochen, Farbe. Versprochen. Aber ich trage auch einfach gerne schwarz, ne? Ja, guck mal, dein Hund sagt das auch hier. Guck. Hey, was bist du denn? Da ist er. Das ist er angesagt. Nee, von meinem Platz, sagt er. Ja. Du bist, ne? Ja. Kippen wichtig. Okay. Danke. the Vielen Dank.